Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin's wieder, euer Peter beim Walken, beim Brainstorming für Marketing und für Ideen, für den Restart und überhaupt für die Kommunikation. Ich habe die letzten Tage mit euch besprochen. Was könnt ihr tun? Wie könnt ihr euch aufstellen für diesen Restart? Und ein Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigt haben, war, wie kommt ihr an neue Lösungen? Ihr wisst, ich wiederhole es zum hunderttausendsten Mal, der Gedanken war, bestimmte Ereignisse führen bei euren Zielgruppen zu neuen Problemen, zu Lücken, zu Bedürfnissen. Und jetzt müsst ihr eben überprüfen, ob ihr für diese neuen Probleme der Kunden auch wirklich Lösungen habt. Habt ihr keine Lösungen, werdet ihr auch nichts verkaufen. Das haben wir lang genug jetzt diskutiert und besprochen. Ich will das nicht zum hundertsten Mal wiederholen. Aber jetzt ist es ganz wichtig. Wir gehen jetzt davon aus, ihr habt es geschafft, eine einzigartige Lösung mit einem USB, ein Produkt oder eine Dienstleistung für die neuen Probleme der Kunden zu generieren. So, jetzt kommt der nächste Punkt und jetzt kommen wir praktisch in unser nächstes Walking-Kapitel. Jetzt müsst ihr das kommunizieren. Also nur, wenn ihr das habt in der Schublade, ist es ja noch lange nicht verkauft. Und das heißt, meine nächsten Videocasts hier beim Walken möchte ich diesem Thema zuwenden. Das heißt, es geht um die Verkaufskommunikation. Und auch hier möchte ich euch von ein paar Irrglauben befreien, die so möchtige Pseudo-Psychologen, Pseudo-Werbepsychologen immer wieder rumstreuen. Im Endeffekt ist das uralter Käse von Gröveril. Und der ist halt einfach nur nochmal aufgekocht, durch den Mangel genommen und mit irgendeinem anderen Schild behängt. Mache ich auch nicht anders, aber zumindest sage ich, wo ich die Ideen her habe und zitiere dann auch richtig und sage, wessen Gedankengut das ist. Okay, das mal vorne weg. Der nächste Punkt ist jetzt, okay, Kommunikation. Wie kriegt ihr eure Werbebotschaft, eure Kommunikation, eure Lösung mit USB in die Köpfe der Zielgruppe? Okay, dann schauen wir uns mal so einen Kommunikationsprozess an. Ich mache es immer so, dass ich, egal ob ich online oder offline kommuniziere, ich gehe immer auf das echte Verkaufsgespräch zurück. Das heißt, ich orientiere mich da meinem alten, alten Freund und Mentor Siegfried Vögerle, der das im Dialogmarketing schon gepredigt hat und was zwar sehr, sehr alt ist, aber deswegen nicht falsch sein muss, sondern auch wieder top aktuell. Also ich orientiere mich am ersten, am echten Verkaufsgespräch. Käufer, Verkäufer, Verkäuferin, Käufer etc. etc. Die tauschen sich aus. Die beiden tauschen sich aus. Zu diesem Gespräch haben wir gesehen, wird es nur kommen, wenn der Verkäufer, der Käuferin auch wirklich Problemlösungen anbieten kann. Und dann, nur dann, wird ein echter Dialog entstehen. Und jetzt wisst ihr, warum ich die Sessions vorher immer darauf umgeritten habe. Ihr müsst die Motive, die Motivschieflagen der Kunden kennen. Für einen guten Verkäufer ist das ja eigentlich auch nichts Neues. Ein guter Verkäufer informiert sich, setzt sich mit der Zielgruppe auseinander und sagt, was braucht denn meine Zielgruppe? Was kann ich tun? Wie kann ich sie unterstützen? Wo ist jetzt die Hilfe? Nichts anderes haben wir praktisch vorher in den anderen Sessions gemacht. So, wie könnte jetzt diese Kommunikation ablaufen? Wenn ich dieses Verkäufermodell nehme, dann hat es ja jahrelang recht gut funktioniert. Nur in den letzten 10, 15, 20 Jahren hat man gesagt, naja, der Verkäufer, der ist ganz schön teuer, der ist immer teurer und der kostet was. Wir müssen den ausbilden, wir müssen den irgendwie ersetzen. Und das Ersetzen ist jetzt ganz, ganz wichtig. Das heißt, man hat überlegt und hat gesagt, mit welchen Medien und mit welchen Instrumenten könnte ich einen Verkäufer sinnvoll relevant ersetzen? Die Älteren unter euch erinnern sich noch an das Direct Mail, das Direct Marketing, also Verkaufen per Brief- und Antwortkarte. Und hier haben schon Experten, damit habe ich in der Agentur angefangen, hier hat man schon überlegt, wie muss ich denn so ein Mailing, ein Direct Mailing aufbauen, gestalten, damit dieser Dialog zustande kommt. Na klar, wie wir jetzt gesehen haben, indem dieses Direct Mail die Fragen, die wahrscheinlichen Fragen des Lesers beantwortet. Und nur dann kann praktisch ein Quasi-Dialog mit diesem Direct Mail entstehen. Natürlich ist das nie ein echter Dialog, weil das natürlich immer ein Monolog ist. Aber wir wollen es ja simulieren. Wir wollen ja sagen, naja, das Direct Mail soll so gut wie möglich, so gut wie möglich an diesen echten Verkaufsdialog herankommen. Und das tut er, wenn er Fragen beantwortet. Ja, und in den letzten Jahren, wo sich das Direct Marketing brinnt, immer mehr verabschiedet hat, ist es letztlich abgelöst worden von Online-Marketing. Und jetzt sind halt viele auf das, auf dem Parkett, aufs Parkett gekommen und haben auf einmal neue Weisheiten verkündet, die im Endeffekt nichts Neues sind. Die Technik hat sich geändert und die Medien. Der Kern, der Kern und auch die psychologischen Prinzipien, die da ablaufen, sind immer dieselben. Also das heißt, und deswegen ist mein Credo, und das habe ich von Siegfried Vögerle übernommen und predige das auch schon seit zehn Jahren, Dialogmarketing, digitales Marketing oder wie diese ganzen Buzzwords auch heißen oder Online-Marketing, das ist eigentlich nichts anderes, das sind nichts anderes als Ersatzgespräche. Das heißt, deine Webseite, dein E-Shop, speziell dein E-Shop, deine Anzeigen, die du über Facebook schaltest, deine Postings, all das, was du auf Social Media machst, sind im Endeffekt Ersatzgespräche. Und wenn das Ersatzgespräche für einen echten Dialog sind, dann solltest du von diesem echten Dialog ausgehen. Ich werde euch noch beweisen, in den nächsten Meetings oder Walking-Tipps, werde ich euch beweisen, dass gerade im Digital-Marketing oder im Online-Marketing eigentlich die falschen Leute im Unternehmen die Webseiten aufbauen. Es sind Grafiker, es sind Grafikdesigner, es sind Texter. Jeder, der sich da kreativ aufgerufen fühlt, das blende ich jetzt gehe ich ein bisschen mal in die Brille rein, jeder, der sich dazu aufgerufen fühlt, hier diese Seiten zu gestalten. Das heißt, sie gestalten aber eben auch diesen Ersatz-Dialog. Und mein Credo ist, ich glaube, man sollte für den Aufbau von Online-Shops und für den Aufbau von Webseiten unbedingt Verkäufer dazuziehen, den Vertrieb dazuziehen, die Leute, die wirklich den echten Verkaufs-Dialog kennen, die wirklich die Fragen der Kunden kennen. Und dann werden viele, viele Webseiten, viele Online-Shops viel erfolgreicher und viel besser, weil sie in der Lage wären, diesen Ersatz-Dialog zu führen. Ja, und das ist das, was ich mit euch jetzt dann immer wieder ein bisschen besprechen will. Dieser Dialog hat sich natürlich verändert. Ja, also wenn man sich das anschaut, der echte Verkaufs-Dialog, der echte Verkaufs-Dialog zwischen zwei Menschen oder der Beratungs-Dialog kann natürlich psychologisch gesehen nie imitiert werden. Es kann nie eins zu eins sein. Warum? Vielleicht einen kleinen Hinweis. Wenn Menschen miteinander reden, dann ist es eben nicht Sender und Empfänger, Empfänger und Sendern, sondern also nicht nur ein Hin und Her-Senden von Botschaft, wie in der digitalen Welt, sondern es besteht zwischen diesen beiden Parteien in diesem echten Dialog. Wenn Sie sich in die Augen schauen, sind da ganz, ganz, ganz viele Mikro-Moments, die schon dazu führen, dass der Dialog enger wird. Dass derjenige, der eine Frage stellt an den Zuhörer oder wenn der Berater eine Frage stellt oder umgekehrt, dass die Person gegenüber durch diese Mikro-Moments praktisch schon vorher weg weiß, was kommt jetzt hier eine Frage und sich darauf einrichtet. Das heißt, es ist eben kein Senden und Empfangen. Dass das natürlich bei diesen ganzen Streaming-Diensten und bei diesen digitalen Medien, die wir jetzt einsetzen, sei es in der Schule, sei es Lehrer zum Schüler, sei es von mir als Hochschulprofessor oder Professor an meine Studenten. Das geht momentan über Go-To-Meeting, über Teams, aber es geht nie Auge in Auge. Es geht immer Auge in Kamera und dann wieder beim anderen Kamera in Auge. Das heißt, diese Mikro-Moments fehlen. Das heißt, diese Aktionspotenziale, die im echten Gespräch finden hier nicht statt. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Das zeigt mir nur wieder, wie wichtig, um das eben ein echtes Beratungs- oder Verkaufsgespräch face-to-face eigentlich digital nie abgelöst werden kann. Aber es kann relevant in vielen, vielen Fällen sinnvoll ersetzt werden. Okay, also das heißt, merkt euch mal für die nächsten Dinge und überlegt das mal, lasst das mal Revue passieren. Was wir da machen, sind alles Ersatzdialoge, digitale Ersatzdialoge. Und Käufer, Verkäufer, im echten Verkaufsgespräch ist es immer Sprache zu Sprache, Blickkontakt zu Blickkontakt in einem Raum. Die anderen Dinge, die Ersatzgespräche, die Webseite, der eShop etc., etc., das ist natürlich immer ein bisschen, wie ich gesagt habe. Zeitversetzt. Und es ist entweder Text, meistens ist es Text, er liest die Dinge in eurem Shop, er liest die Dinge auf eurer Webseite. Das heißt, das Verkaufsgespräch läuft eigentlich wie früher im Direct Mail als Text. Nun verändert sich aber unsere Welt exponentiell und auch die Technologien. Das heißt, es geht immer mehr zu Video. Das heißt, wir kommen wieder langsam weg von dem Text und bewegen uns langsam wieder auf die Sprache zu. Warum sage ich euch das? Ich sage euch das deswegen, weil ihr müsst euch ja überlegen, wenn ihr in Zukunft euren Dialog mit euren Zielgruppen aufbaut, ob ihr überhaupt in der Lage seid, eure Inhalte, also eure Werbebotschaften, denkt dran, warum soll ihr bei euch kaufen? Warum habt ihr das beste Produkt? Was ist eure Lösung? Warum soll er dem Glauben schenken? Und warum soll er sich für euch entscheiden? All diese Dinge, müsst ihr natürlich mit den neuen Technologien kommunizieren können. Und fragt euch mal, ob ihr das kommunizieren könnt. Wie sind eure Inhalte aufgebaut? Könnt ihr wirklich über ein Handy, über eure Webseite mobil den Verkaufsdialog führen? Jetzt kommen alle daher und sagen, ja, 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 klar. Unsere Grafiker haben natürlich unsere Webseite responsive gemacht. Die kann ich auf dem Handy anschauen. Ich kann sie im Hochformat anschauen. Ich kann sie quer anschauen. Nein, nein, das haben wir alle schon gemacht, Herr Fischer. Darum geht es aber gar nicht. Das kann jedes Deppen-Template für 45 Euro, das er euch kauft, schon seit zehn Jahren. Nein, es geht, was auch mein Freund Karl Kratz immer wieder gepredigt hat die letzten Jahre. Und was ich für absolut richtig empfinde als Psychologe, ich muss mich doch auf diese Perzeptionssituation einstellen. Das heißt, wann und wo kommuniziere ich mit diesem Kunden? Ja, also wie sieht es aus im Zeitpunkt des Werbemittelkontaktes? Wo ist der Kunde? Ist er unterwegs? Liest er meine Botschaft am Handy oder vor einem riesengroßen Bildschirm zu Hause oder auf der Couch neben dem Fernsehen mit dem iPad? Das heißt, diese unterschiedlichen Devices, Instrumente, Technologien erfordern natürlich, dass eure Werbebotschaft auch wirklich mit diesen Geräten kommuniziert werden kann, ja, von den Rezipienten. Und es geht hier um die Perception, es geht hier um die Aufnahme erst einmal und noch gar nicht um die Wahrnehmung. Das verwechseln auch viele. Also kann die Botschaft überhaupt aufgenommen, noch nicht wahrgenommen, aufgenommen werden? Und darum geht es. Und überlegt es einfach mal, das war so der kleine Anschubser heute bei dem schönen sonnigen Tag. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, und ich werde noch in die Tiefe gehen, Alles, was wir jetzt machen, ist ein digitales Ersatzgespräch, eines echten Verkaufsgesprächs von Mensch zu Mensch. Und das wir natürlich jetzt dann sinnvoll, macht ja auch Sinn, in digitale Medien übertragen. Und wie wir das machen, wie wir da kodieren am besten und in welcher Situation wir ausgelesen oder gehört werden, in Zukunft wird es ja mehr Sprache wieder sein, Video sein, Live-Video. Das heißt, das Ganze wird jetzt auch einen Schubs kriegen. Überlegt mal, ob eure Verkaufs- und Beratungsgespräche, das mache ich auch in einer der nächsten Sessions, ich werde auch ein Webinar darauf vorbereiten, Beratungsgespräche werden immer mehr online funktionieren. Versteht ihr? Das ist die Veränderung, die ich euch gesagt habe. Die Kunden haben es jetzt gelernt in der Krise, die Kunden haben gelernt, Mensch, digital funktioniert ja auch. Das heißt, Beratungsgespräche für erklärungsbedürftige Produkte, sei es ein Sportprodukt, sei es, kann auch ein Bankprodukt sein, ein Versicherungsprodukt. Alles, was einigermaßen erklärungsbedürftig ist, das kann ich doch in der digitalen Welt erklären. Ich muss doch nicht vor Ort hinfahren. Und das sind Dinge, die man sogar jetzt ad hoc machen könnte. Ein Beratungsgespräch, ein Verkaufsgespräch einfach aufzeichnen oder hier in so einer Art, wie ich jetzt hier mache, in so einem ad hoc Freestyle-Livestream, um dann in eine echte One-to-One-Verkaufsberatung und gerne das eben auch digital, wenn wir eben nicht momentan durch den Lockdown uns wirklich selber sehen können. Deswegen nutze ich ja auch hier mein Handy, um mit euch zu kommunizieren. Schöner ist es natürlich, wenn es Face-to-Face wäre. Also überlegt das alles mal. Ich freue mich schon auf die nächsten Sessions, weil jetzt kommen die Dinge, wo ich als Werbepsychologe echt ein bisschen Gas geben kann und euch vielleicht auch ein paar neue Sachen erzählen kann. Also bleibt mir gesund, geht raus, haltet euch fit und bis morgen. Euer Peter. Tschüss. 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 Vielen Dank.